Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Mission Torv Murket und Torv Shadvas anzunehmen bei Vorpostenkommandant Königstein. Auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Position. Hier unten seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo sich mein Charakter befindet. Vorquest war die Verstärkung abschneiden. Nehme die Quest auf auf dem Stand Page 9.0.5. Sollte aber auch während PC Classic funktionieren, also hoffe ich. Nun heißt es Torv Murket zerstört und Torv Shadvas zerstört. Um das richtig anzustellen, muss man hier mit Padronskommandant Dabire quatschen und die Sprechblase hier anklicken. Jetzt fliegt man los. Sollte bei euch das Quest Item hier nicht angeheftet sein, schaut ins Inventar, da ist es. Ihr könnt es sogar in die Leiste ziehen und von da aus benutzen. Und hier ist das erste Tor. Tor Shadvas. Rechtsklick aufs Quest Item. Aufs Tor zielen und linksklick. Sollte eigentlich logisch sein, aber ich erwähne es dennoch. Und Tor Shadvas ist zerstört. Jetzt muss der Greif noch einen Abstecher machen zum Tor Murket. Das macht er jetzt. Wunderbar. Und drauf zielen, klick. Kabumm. Und damit ist die Quest bereit zur Abgabe. Ihr müsst jetzt nichts weiter klicken. Einfach nur abwarten, bis dieser Greif landet. Das dauert normalerweise nicht lange. Und ich bin auch schon bald angekommen. Wunderbar. Ich habe übrigens auch eine Facebook Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube Kanal Banner. Dürft gerne auch mal vorbeischauen. Da poste ich so News und Sachen, was ich mache und Verschiedenes. So. Und gelandet. Quest ist abzugeben bei Vorpostenkommandant Königstein. Auf der Höhlenfeuerfahrtpinsel an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Oder aber ihr schaut auf meinem Twitch Kanal vorbei. Link dazu findet ihr in meinem YouTube Kanal Banner. Da bin ich nämlich auch öfter unterwegs. I zogge. Ende. De. De. De.